Seine jahrzehntelange Börsenerfahrung hatten ihn gelehrt, dass in der Wirtschaft Praxis und Theorie weit auseinanderliegen. Die Kunst über Geld nachzudenken ist das letzte Vermächtnis Andrej Kostolanis. Vom Beginn des Jahres 1999 bis zu seinem Tod bildete die Arbeit an diesem Buch das Zentrum seines Schaffens. An seine Pariser Wohnung gefesselt, konzentrierte er alle Kräfte auf dieses Projekt. Nur das Vorwort, das jeder Autor kurioserweise zum Schluss schreibt, blieb er dem Leser schuldig. Besonders die neue, durch den Börsengang der Deutschen Telekom geschaffene Börsianer-Generation lag ihm am Herzen. Ausdrücklich begrüßte er die zunehmende Akzeptanz der Aktienanlage in Deutschland, doch besorgte ihn zugleich die sich ausbreitende Spielboot. Mit dem vorliegenden Buch wollte Kostolani für sein Verständnis von Anlage und Spekulation werben, das sich für ihn nicht in Day-Trading, Echtzeit, Realtime oder Stop-Loss erschöpfte. In der Einführung seines Buches »Bilanz der Zukunft« gestand er, dass er seit einigen Jahren nicht mehr zur Börse gehe, weil er Angst habe, der Allmächtige könne ihn dort entdecken und denken, »Was? Der alte Kostol ist immer noch da? Er soll heraufkommen. Ich kann ihn hier auch gut brauchen.« Seine alten Kollegen warten schon auf ihn und sein Platz am Stammtisch ist noch frei. Wenn ihn der Herr aber irgendwann zu sich hole, dann würde es ihn mit Glück erfüllen, wenn er seine Freunde, Schüler und Leser sagen höre, »Der Kostol hat doch recht gehabt.« Lieber André, ich hoffe, du hast bereits Platz genommen und wirfst dieser Tage einen Blick auf die Börsen. Dann wirst du sehen, dass sie deinen Optimismus den Schwarzsehern zum Trotz weiter Recht geben.